Wir werden hier diese drei algebraischen Ausdrücke faktorisieren, das heißt wir werden sie jeweils in ein Produkt verwandeln. Schauen wir zuerst diese Differenz. Im ersten Term sehen wir das Quadrat von 5x und im zweiten Term sehen wir das Quadrat von 3, also so. Wir haben also hier die Differenz von zwei Quadraten, was sehr stark an diese binomische Formel erinnert, denn hier haben wir auch die Differenz von zwei Quadraten. Diese Differenz ist aber gleich zu diesem Produkt und wir wollen ja ein Produkt finden. Also setzen wir hier diese binomische Formel ein, aber von rechts nach links gelinzen. Wir haben hier die Differenz dieser zwei Quadrate, Differenz dieser zwei Quadrate. Die Basen sind hier a und b und hier 5x und 3. Also wenden wir einfach diese Formel an und finden somit 5x, das ist das a, minus die 3, das ist das b, das ist dieser Faktor und dann mal 5x, das ist das a, plus 3, das ist das b. Und wir haben diese Differenz schon faktorisiert. Nächstes Beispiel, hier sehen wir die Summe von drei Termen. Der erste Term, das ist genau das Quadrat von 2xy. Der dritte Term, das ist das Quadrat von 1. Also werden wir versuchen, diese Termen umzuschreiben, so, dass wir deutlich hier ein Quadrat erkennen, auch hier ein Quadrat erkennen und das, was in der Mitte steht, müsste das Doppelprodukt der Basen dieser zwei Quadrate sein. Denn so könnte man diese binomische Formel anwenden, aber von rechts nach links. Denn die Formel macht dann aus dieser Summe ein Produkt. a plus b im Quadrat ist ein Produkt. Das ist ja a plus b mal a plus b. Überprüfen wir hier. Der erste Term ist effektiv 2xy im Quadrat. Der letzte Term ist effektiv 1 im Quadrat. Und um diese Formel anwenden zu können, müssten wir hier in der Mitte zweimal diese Zahl mal diese Zahl haben. Und genau das haben wir. Denn 2 mal 2xy mal 1, das ist genau 4xy. Also haben wir diese Summe in diese Form umgeschrieben, um diese Formel anwenden zu können. Was wir tun, und somit ist diese Summe faktorisiert. Das Quadrat bedeutet ja, es ist diese Klammer mal sie selbst. Drittes Beispiel. Hier können wir eine 7 ausklammern. Sobald man etwas ausklammern kann, sollte man das auch tun. Und dann arbeitet man weiter mit dem, was zwischen Klammern steht. Da steht x². Da steht 2 im Quadrat. Wenn diese Zahl in der Mitte genau das Doppelprodukt von x und 2 wäre, dann könnte man diese binomische Formel einsetzen, wieder von rechts nach links gelesen. So kann man diese Summe in dieses Produkt verwandeln. Dann schreiben wir dieses Trinom eben in diese Form, wie wir es gerne hätten. x² ist schon ein Quadrat. Die 4 schreiben wir in Form von 2 im Quadrat. Dann schreiben wir das Minus von da ab. Und das, was hier steht, müsste das Doppelprodukt von diesem x und dieser 2 sein. Das Doppelprodukt von x und 2, das ist effektiv 2 mal x mal 2. Das heißt 4x, genau wie es da stammt. Also können wir hier diese binomische Formel einsetzen. Und somit haben wir dieses Trinom schön faktorisiert. Und das ist es ein, das ist ein, das ist ein, das ich das öbür участ Daveと思います. Als ich das zeige, das Movie packe, das ist dieseba colorLD. Und das ist es ein Wort, das ist ein, Kind". Und das ist es ein, das ein, das ist das ist ein Bild.